Schau mal, wie dumm Tobi auf dem Bild schaut. Lass das mal posten. Stopp. Hier kann ich stoppen, aber im Netz wirklich noch was zu stoppen, es geht kaum mehr. Vielleicht meint es nicht immer böse, wenn man mal was schreibt über jemanden, wo man sich geärgert hat. Aber dann geht es so weiter, wird immer mehr, kann eine ganze Lawine werden. Und nicht jeder hält es so gut aus, wenn böse, böse Sachen übereinverbreitet werden im Netz. Es bleibt nämlich immer drin. Über Jahre. Deswegen drüber nachdenken, ob das richtig ist. Wenn du es nicht willst, dass über dich geschrieben wird, dann überleg, ob du es über jemanden anders schreiben willst. Die Initiative 361 Grad Respekt möchte darauf aufmerksam machen. Also mitdenken, bevor man was über einen anderen schreibt. Wir prob�amaos mit den Status ver Kasherischer Br happiness. Das ist die Nummer ¨vank. Wir proben jetzt das Ganze drin. Wir proben jetzt mal DPET. Very kurz. Aber das war glücklich. Aber wirarner mir fast. Und ja, aber einfach mal потер mu resto. Vielen Dank.